herzlich willkommen wir sind wieder beim dümmen simulator schön dass ihr mit dabei seid wir waren gerade schlafen und leicht zurück halt sehr wollen muss mit immer dieses k wie kann man das eigentlich auf k legen karl licht weit weg von jeder hand so eine riesen griffel habe ich auch nicht aber gut bevor wir ins reingehen wir das konnten wir den tag davor nehmen ich mal kurz hähnchen kaufen damit wir es auffüllen können der laden müsste ja schon auch sein das geht ja komischerweise automotisch aber wir haben heute operation schwembad das haben wir schon gemacht da guckte ist oh gott man keine 20 minuten auf und schon stehen kunden drin so sie mal tempo dembo dembo sitz so kundschaft standard herr und würdelt ich mich dich merk ich mir und du standard matthew smith auch dich lasse ich nicht aus den augen mein freund so meine angestellten kommen erst eine stunde später schon so ein rest hat nur aufgefüllt euro schon das hatten wir alles gemacht hier das lüft wir wollen uns jetzt um schwimmbad kümmern ja die springen ja schon mit klamotten rein erstens haben wir ja noch um kleine kabinen die wir noch fertig machen müssen aber ich glaube ich stehe hier erstmal zumindest an den seiten vielleicht da und da so hier diese liegestühle dahin ich weiß nicht wie groß sie sind dass wenn wir sehen da 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 extra und pool genau 1 2 3 4 5 6 7 8 muslimitisch sein erst mal gucken wie groß sie sind da sie zu dass ihr zur arbeit kommt man hier ist dreck in der bude so 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 das kommt hier erst mal hin so wie rum ist richtig kommt so und hier hinstellen und da noch mal hin wir wollen ja dass die kunden sich wohl fühlen hier noch mal hin wo wir das eh nicht mehr höher kriegen aber es geht ums aussehen zack hier nochmal hin so doos egg hier ist eck schräg stellen ja und denn hier nochmal hin ddddd da willst du wo mal so gehe so ich müsste eigentlich gleich mal gucken wir machen sie so ist das Schwimmbad fertig? Da liegen die Foulsäcke gleich rum, Mann. Warte mal. Ein, zwei und drei wollen wir noch. Junge, Junge, Junge. Ansonsten alles okay. Keine Lustmulche, keine stinkende Lustmulche. Raus. Mann. Okay, aber es sind zumindest alle zur Arbeit gekommen. Das war schon mal was. Weiß man hier ja auch nicht so genau. Wir brauchen noch drei davon. Gut, Kundschaft. Ein Moment, das geht vor. Amelie Watson. Soll ich dich jetzt treten oder später? Raus. Und der Herr? Schon wieder so niedrig. Alter. Immer diese Wittler. Immer die Wittler-Familie. Schlimm. Oh, wir brauchen noch drei. De, 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 de. So. Ein, zwei, drei. Yo. Genauso muss er. Grabbel da mal nicht alles leer. Los, moch. Los, moch. Und stinken noch dazu. Warte mal. Hat bestimmt vor Wut angefangen zu stinken. Boah, rennt er? Wo ist Miss Stinky? Da ist Miss Stinky. Die. Oh, schon wieder voll der Laden. Kundschaft? Kundschaft. Hoffentlich mal VIP. Yo. Willkommen, Lady. Willkommen. Noch mehr Kundschaft? Nee, Dreck. Jetzt fängt die Young-Familie auch damit an. Raus. De, 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 de. So. Extrasse und Pool. Die müssen hier neu hin. Zack. Ich muss ja gleich mal gucken. Ich glaube aber nicht, ob ich hier einen anderen Fußbonus auch reinmachen kann. Glaube ich nicht, ehrlich gesagt. So. Da liegen zwei Faule. Ja gut, andere Farben müssen hier natürlich auch rein. Ah, das passt schon. Dip, di, de, 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 de. Gott, wo ist der Lust, moch? Hier fühlt sich jemand bedrängt. Da. Hier. Da ist noch so einer. Sehe ich doch schon. Hat sie abgekühlt? Besser ist dat. Mann. Raus mit euch. Das ist ja schlimm. Da schon wieder. Bart nicht bekommen oder was? Verzeih dich. Von dem Schirm angapfen oder was? So was tun wir hier nicht. Mei, oh mei. Nee, 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 nee. Raus mit dir, aber Dalli. So, ich wollte was gucken. Ob wir, glaube ich aber nicht, Schwimmbad mäßig überhaupt was ändern können. So wurde mal Schwimmbad. Nur die Decke, ne? Nur die Decke. Okay, aber ehrlich gesagt, Steindecke angewendet, Glasdecke, moderne Decke. Ich würde hier gerne die Glasdecke haben. Ja, können wir. Wenn wir das Geld hätten. Wir sind so gut wie in Pleite. Aber wir machen es noch. Wir machen es noch. Kundschaft. Mensch, sag doch mal, scheiße, dass du da bist. Standard. So, aber gut, wir haben eine Menge Geld ausgegeben, ne? Aber wir haben auch schon was gemacht, aus dem Laden. So ist das nett. So, wie sieht es hier aus? Die Mochenchen. Das ist noch voll, das ist gut. Kundschaftenfisch habe ich da noch nicht. Denn ist noch die Frage, brauchen wir Klimaanlage im Schwimmbad? Nicht wirklich, ne? Aber wir brauchen auf jeden Fall andere Farben hier. Ich will auf jeden Fall blau im Schwimmbad haben. Haben wir noch blau? Glaube ich nicht, ne? Nein. Die, den gucken wir mal kurz. For bean. So, und weiß brauche ich auch. Ich will doch so ein bisschen Strandkorb-mäßig. So blau-weiß gestreift. Ach, die Dame schafft das schon. Die, 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 die. Gucken wir uns das erstmal an, wie ich das am besten mache. So. Lass mal ran da. Also, da das schon mal zu groß ist, würde ich sagen, immer zwei blau, zwei weiß. So, ich will noch mal kurz was googeln. Und zwar, ist das ein gleiche Weiß oder ist das ein anderes Weiß? Das ist ein anderes Weiß. Okay. Nö. Voll, voll die Farbverschwendung. Aber gut. Weiß man ja nicht vorher. Ich dachte, das wäre vielleicht ein helleres Weiß. So. Ja, aber ich finde das passt so schlimm. Weil das ist ein bisschen Strandkorb-mäßig, ne? Urlaubsfeeling. Würde hier auch gerne noch Palmen und so reinstellen. Gibt es aktuell nicht. Hm. Was ist denn das so ein dünner Streifen? Na ja. So, hier noch mal hin. Dip, 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 dip. Bois. Da haben wir zumindest Weiß da, falls wir uns mal verstreichen oder so. Kommt hier alles vor? Dip, 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 dip. Sehr schön. Ja, tut mir leid, Lady, dass ich über sie rübersteige. Geht nicht anders. Manche Leute tun hier auch was im Gegensatz zu Ihnen. So, Bois, Bois. Sehen wir hier wieder blue. Hm, Dankeschön. Ich hoffe, wir haben jetzt keine Kundschaft vor, ne? Keine Zeit für Kundschaft. Hm? Ich will den Lohn hier ordentlich haben. Nein. Nein, 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 nein. Immer diese Delessanten-Maler. Schon besser? So, das E-Force leer. So, jetzt machen wir ordentlich hier. Ah, hier. Cute. Woid, woid. Denn hier ist blue. Wunderbar. Woid, woid. Blue. Und blue. So, hier kommt dann wieder woid, woid. Blue. Gut, hier haut es nicht wirklich hin, ne? Ah, das lassen wir jetzt weiß. Na, google mal. Es fehlen ja eigentlich nur noch Palmen und so, was es leider nicht gibt. Den hätten wir hier doch ein perfektes Strandfeeling. So, auf jeden Fall haben wir keine Lustmulche hier. Aber Kundschaft. Dankeschön. Standard. Bisschen mehr, ja? Immerhin gebe ich mir hier Mühe und gebe mein hartverdientes Geld gleich wieder aus. Wipp, siehste mal. Und der Herr will auch wipp. Willkommen, Mr. Turner. Oh Gott. Gestanknotfall. Ich habe es genau gesehen. Gott. Knaller Mitarbeiter am Anmarsch. Wo? Ah, ich glaube, ich habe es hier entstummen. Schön. Das hier löft. Oh Gott. Hau füll auf. Sehr schön. Hier ist noch. Schön. Automord geht auch noch. Großen und Ganzen. Dann müssen wir uns mal um die Umkleide hier kümmern. Zumindest können sie schon mal voll rumlinsen. Deckel kommt noch eine andere. Soweit wir sie uns leisten können. Und hier müssen wir ja eigentlich ähnlich wie drüben, ne? Naja. Damit wir jetzt hier nicht alle sich da hinten umziehen. Weil manche kommen halt auch nur wegen Schwimmbad. Müssen wir mal kurz was zählen. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ne? Zehn Stuck haben wir. Das wird teuer. Das wird teuer. Aber wir haben den Laden gut im Griff. So, Schock. Um kleiner Raum. Zehn Stuck. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ne? Zehn. Na ja, wir machen natürlich zuerst die Damen. Die gehen vor. Die müssen wir irgendwie schützen von den ganzen Lustmöchen hier. Das können wir ja nicht so lassen. So hat zum Glück gerade keiner da. De, 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 de. So, ich würde sagen, da wieder duschen. Hier, Unkleide. Passt. Geh fair. Die, na, danke schön. Die wollen mal wieder nicht so, wie ich will. Danke. Die, de, 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 so. Hier nochmal. Ich hoffe, die Umkleider von mir ist ausgegangen. Es sind genauso groß wie die anderen. Nicht, dass es hier gleich nicht passt. Aber das werden wir sehen. De, de. Ah, passt. Aber die sind tatsächlich ein Tickchen schmaler. Aber es passt. Schön. De, 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 de. Ach, wir nehmen schon wieder guten Money ein. Guck mal, da ist schon wieder Kundschaft. Kundschaft muss im Moment warten. Irgendwo rennt ihr. Jo. Schlimm. Sag mal, dass die immer in die Frauenumkleider hinterhersteigen. Wipp, willkommen. Das ist doch nicht normal. Normal. Wipp. Schön. Also normal ist das definitiv nicht. So, ich glaube, duschen kriegen wir ja nicht ganz so viele rein. Aber ich zähle trotzdem mal nach. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dass es ein bisschen schmaler ist. Ich nehme erst mal fünf Tüchen. Wenn wir uns die überhaupt leisten können. Dem, dem. So, Shop und umkleiner Raum. Ein, zwei, drei. Nein, wir können uns erst mal nur drei leisten. Okay. Na, ich glaube, vier hätte ich mir leisten können. Aber egal. Und gut anfangen. Dem, dem. Ich glaube, hier muss auch gleich ganz dringend Mülleimer hin. Die, die, die. Na, wir müssen wir ordentlich hinstellen. Drum gehe. Ein. Zwe. Drei. Ah, gut. Fünf Krächen. Mehr nicht. Die, 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 die. Kundschaft. Sehr schön. Oh, der Landlüfter war. Die, dem, dem. Wunderbar. So, den gucken wir auch mal kurz. Wie viele haben wir? Ja, guck mal. Gucken wir mal. Eine können wir zum Beispiel wieder kaufen. Nehmen wir noch einen Mülleimer dazu. Den brauchen wir da definitiv auch. Die, das löft, das löft. Keiner stinkt. Nein. Das ist schön. So, die stellt zumindest die eine Dusche hier schon mal dahin. Die andere folgt so weit wie Geld haben. Die, die. Und fängt halt klein an, ne? Aber eine passt noch. Und den guten Mülleimer. Ja, gute Frage. Wo wir den jetzt hinstellen? Hier ist ja alles so voll. Und den stellen wir hier hin. Hier geht kein Mülleimer. Warum nicht? Na ja, eine Umkleide nicht. Ist das ein Bug? Ja gut, dann stellen wir ihn hier hin. Okay, aber okay. Wenn wir eine Dusche passen noch, ein paar Schränke sollen hier natürlich noch rein. Da brauchen wir erstmal wieder Money Money. Die fühlen sich hier zumindest buddewohl. Schön. So, einmal kurz Lustmolchkontrolle. Moin, die Bedienzitten sind auch voll im Einsatz. Voll einmal auf hier. Die, 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 die. Der Land wird eh gleich voll. Dann bin ich mal gespannt, die oberen Stockwerke. Ob man da einfach das gleiche nochmal aufbauen kann. Na gut, da stellen wir dann die Gerätschaften hin, die wir hier noch nicht haben. So, ganz voll ist er nett. Was haben sie herausgekrabbelt? Alles drin aktuell. Okay. Boah, der ist fast leer. Na, keine Frau beschwert sich, aber wir haben Kundschaft. Hallo. Standard. Lassen wir gerade irgendwas so durchgehen. Aber nur, weil wir zu viele Niedrige hatten. Und hier, VIP, immer willkommen. Dankeschön. Die, die. Schön. Ich glaube, wir können uns hier eine fehlende Dusche leisten. Ja. Dann holen wir sie auch gleich. Dusch, 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 dusch. Aber dass da eben kein Mülleimer hingeht. Das ist schon erstaunlich. So, davon brauchen wir auch drei Stück. Ein, zwei, drei. Und die machen wir dann, sobald wir wieder Geld haben. Oh Gott, warte. Stinkende Leute kann ich leider nicht dulden. Warum habe ich das gerade? Richtig gesehen. Raus hier, Mann. So, denen hin, hier die Dusche. Die, die. Dem, dem. Ja, da kriegen wir definitiv keine mehr hin. Aber ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Und die guten Bänge. Das ist wirklich schmaler, ne? Aber gut, das kriegen wir trotzdem noch hier in die Mitte. Zack. Zack. Und hier auch nochmal hin. Schön. Gut, da kriegen wir auch nur fünf Schränke hin, maximal. Aber das ist mal nix. Und den Herrgloch streuen. Die Männer kommen zum Schluss. Ich zu viel Lust möchte hier. D. Oh, aber der Laden lüft. Beschwenken kann man sich nicht. Da brauchen wir es erstmal wieder ein bisschen Money. Da. Die, die, die. Schön. So, die Dame möchte einmal Standard-Ausnahmsweise. Du gehst nach Hause. Dem. Zeilen muss er trotzdem. Schön. Ich habe es gerade gesehen. Dem wurde trotzdem Geld abgezogen. Es sind aber mehr Frauen als Männer im Laden, ne? Wieso nur? Aber gut. Es ist ja, glaube ich, auch, ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber ich habe es mir irgendwo gelesen. Statistisch sogar realistisch, ne? Also laut irgendwelchen Statistiken sind auch in der Realität mehr Frauen im Fitnessstudio als Männer. Aber der ist definitiv das letzte Mal hier. Hm, hm. Guck mal raus da, Mensch. Wenn du glaubst, ich lasse dich erst davon kommen, dann hast du dich getäuscht. Ich stehe hier so lange, bis du rauskommst. Solche Kunden kriegen eine Klatsche. Nun, du schneller. Du bist ja nicht mehr willkommen. Ich würde ihm jetzt am liebsten das Wasser abdrehen, ne? Sag mal, lass dich klatschen. Schön. Schön. Schon besser so. D-d-d. Oh, und hier alles. Tuti-ludi. Eww. Aber ich warte, bis ich 5.000 habe. Mit mindestens 5.000 Schränken. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Jedes killing scharf. Danke. Und Marty Stunard. Willkommen. Ausnahmsweise. Und hier. Will. Ja, herzlich willkommen. Und hier hätten wir niedrig. Raus. die... Schon wieder niedrig, sag mal. Euch will hier niemand. Euch mag niemand. Standard ist uns auch noch einigermaßen gefallen. Und zumindest haben wir die 5000. Das ist schon mal was. Aber erstmal haben wir einen Duftnotfall. Einen Moment. Äh, ich schließe irgendwann einen Vertrag mit der AXE ab. Jahresvorrat an AXE oder so. Schon, jetzt wird der Laden aber voll. Abgesehen davon, wir können mit aber auch eine ganze Menge Leute hier versorgen. Schon, kauf mal 5 Schränke, mein Freund. Umkletterer, so. 1, 2, 3, 4, 5, yeah. Diese tauben Lustnüsschen hier, die werden wir auch echt irgendwann mal alle... Irgendwann brüchen sich einst. Nütze ohne ist nix. Aber noch geht an. Noch geht das Unkleide, ne? Jo. So. Zack. Und nochmal ordentlich. Bitte. A5 reicht hier auch. Das wird hier sonst... Ja, ja, das reicht. Das sind nur kleine Unkleide. Was wir hier natürlich noch brauchen, ist Phobie. Ich glaube, hier machen wir das wie drüben. Frauen und Männer kriegen die gleichen Farben. Alles in Ordnung. Keine Kundschaft. Schön. Gut. Den streuen wir... Jetzt haben sie schon einen kleinen... Und ich spring trotzdem mit Klammern rein. Okay. Ähm. Und zwar hatten wir hier das Laila. Bei dem Fern. Das aussieht wie rosa. Die, 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 die. Schön, schön. Aber das hilft auch mittlerweile ganz gut. Dank der Angestellten. Aber mal gucken, wie es später wird. Das weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo die Treppen sind. Wo man später hochkommt, wenn man noch ein weiteres Stock weg kann. Und ob die Angestellten hochgehen? Das werden wir alles sehen. So weit sind wir noch nicht. Ich will allerdings gleich mal gucken... Zeig das mich gar nicht mal an. Ob wir die überhaupt schon kaufen. Aber fertig machen wir trotzdem erst hier unten. Die, die, die. Wir müssen wirklich erstmal an Money Money kommen. Woher können wir die Herren umkleiden nicht fertig machen? Die. Aber Geld kommt auf jeden Fall gut rein, ne? 2015 heißt wieder Schlesung. Die, 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 die. Nein, streich doch nicht zweimal mehr. Hauptsache, das sieht hier gut aus. Die, die, die. Reicht sogar, wie es aussieht, ne? So, den Forst noch einmal. Jo, gerade eben, aber so. Das würde ich gerne grau lassen. Das ist ein bisschen Telekom-Look. Passt. Die, die, die. Dann müssen wir eigentlich nur noch die Männer umkleiden machen. Darauf wird es ein bisschen schwierig. Aufgrund von Money-Mangel. Das habe ich ja nicht gerade so wenig Mangel. Ich habe gar nichts gekauft. Ich war eben noch über 2000. Wo ist der alte Lust für euch? Da. Raus. Noch einer. Das ist korb geratener Ruggler. Wo genau ist gerade mein Geld geblieben? Ich war noch über 2000. Wir waren eben bei 800. Wodurch wurde mir Geld abgezogen? Wodurch? Ich habe auch keine Farbe gekauft. Die hatten wir noch. Ah, sie hat sich keine Wälder nachgegangen. Aber trotzdem. Sauber ist jedenfalls. Gut im Griff. Ähm. Junge. Was ist der hier los? Der war. Hihi. Hi. Er backte hier fest. Okay. Das ist noch so gut wie voll. Das auch. Sauber ist erladen auch. Den checken wir hier einmal ab. Ah. Meine Angestellten. Meine Angestellten. Stimmt ja. Die werden ja bezahlt, wenn sie Feierabend haben. Leider. Aber der hat seine Arbeit auch gut gemacht. Bordguide alles. Jo, das ist noch Heule. Das ist heute die Restabnutzung hier. Obwohl die Maschinen sich hier ziemlich schnell abnutzen. D, D. Schön. Den gucken wir hier nochmal. Wunderbar. D, 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 D. Hippala, plapp. Hier hängt der da fest mit. D, 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 D. John. Hm. Schön. Alles wieder todi frodi. Alles Lüft. Müssen trotzdem ein bisschen Geld verdienen. Erstmal nach Hause. D, 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 D. Vielleicht ist er leider auch automatisch auf, weil ich nicht schließe. Wäre auch eine Möglichkeit, wir probieren es mal. Sind beide Türen zu? Wäre, glaube ich, besser, ne? Dann haben wir nicht mit den Stressmorgens so schnell dahin. Könnt ihr auch da ranlegen, als ich vergessen habe, die Tür zu schließen. So, rin in die Nobelbude, rin ins Nobelbett. Mit Kopfschmerzen und krummen Rücken wieder aufwachen. Karsuchen, dankeschön, mitkommen. Wieso ist jetzt Dreck in meinem Laden? Der war eben noch sauber. Ist da jemand anders eingebrochen, oder was? Hunde, Futter und Wasser hält anscheinend ewig. So sehr wohl. Komm, rin. Ja, die Zeit fängt auch erst an zu laufen, sobald ich die Tür öffne. Okay. Das ist schon besser. Schön. Gut, wir müssen trotzdem erstmal ein bisschen Money verdienen. Wir werden jetzt mal ausnahmsweise nix kaufen. Ich weiß, die Männerumkleide fehlt noch, aber wir brauchen Geld. Geld, 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 Geld. So, wo bleiben die Kunden, Mensch? Halb neun durch, Mensch. Wieso muss man so Geld verdienen? Und diese alten Gammeldinger, da können die Niedrigkunden trainieren. Guck mal, wie viel Gammel das hier aussieht. Völlig runtergekommen. Alter Basketballplatz hier. Komm, Sie reden. Sie sehen fett aus. Sie wollen doch bestimmt trainieren, oder? Ah. Da kommen die erste Kundschaft. Okay. Mal aus Interesse. Wie viele Mitglieder haben wir? Genau 89. Das ist gut. Wo ist der Dreck? Wo ist der Dreck? Eben war nämlich noch die Bude sauber. Durch Reparieren hier ist Dreck entstanden. Sag mal, kriege ich heute keine Kundschaft? Komm, Sie kommen doch bestimmt rein, oder? Wo ist meine Kundschaft heute? Alle Urlaub? War nicht Dreck. Das war bestimmt der, der da festbacken und sich dann schnell umgezogen hat. Sag mal, wir haben doch sonst ja schon Kundschaft um diese Uhrzeit. Was sind wir heute angestellt? Ja, sie ist hier gerade gesporen. Kommen Sie jetzt erst? Und sehlich. Schön, 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 schön. Ja, alle Angestellten da? Jetzt kommt die Kundschaft. Jetzt geht's langsam los. Schön. Oh, voll die neue Wippkunden. Schön. Ja, kommen Sie rein. Willkommen. So, was sehen wir gerne? Und die Dame auch Wipp selbstverständlich. Herzlich willkommen. Die, die, die. Ne, ich wollte doch gucken wegen, machen wir jetzt mal wegen zweiten Stock oder so. Ein Moment, ich meine, können wir uns eh nicht leisten. Shop, Fitnessstudio. Fitnessstudio 1, 2. Ne, das ist hier links. Rest, Schwimmer, umkleide, man erst hat. Gibt es nur einen Kleiderraum im zweiten Stock? Rest nicht? Bei Fitnessstudio gibt es nur eins und zwei. Zwei haben wir ja schon. Das ist das hier nebenan. Nur bei umkleider Raum gibt es erst ein zweiter Stock. Können wir noch eine Sauna mit reinbauen. Den zweiten auch. Gott, wo kommt denn die Sauna dahin, wenn ich fragen darf? Was würden die Sauna kosten? Sauna 0? Ach, die wird da hinkommen. Ah. Sauna 2? Sauna 0. 2 Sauna. Oh Gott. Ja gut, ähm. Ja gut, ja, ähm. Und Spark gibt es halt noch, ne? Wie würde es im zweiten Stock aussehen? Nur mal aus Interesse? Können wir uns auch gar nicht angucken. Ja gut, ja, ähm. Konnte ich ja nicht ahnen. Aber gut, eins hat der anderen, denn das ist doof. Dann müssen wir aus beiden, das war ja hier so die Ecke. Und ich vermute mal, das geht bis an die Wand ran. Deswegen ist hier auch noch so eine komische Wand. Das heißt, wir müssen aus beiden eine umkleiden und die Dusche entfernen und die Schränke rufen. Gott, das konnte ich ja nicht ahnen. Aber gut, das kriegen wir hin. Dafür haben wir ja noch die umkleiden da. Wir haben bloß im Moment nicht das Geld. Aber gut, wir können zumindest schon mal anfangen. Warte mal. Wir entfernen. Wir haben eben ein bisschen viel hier. Die umkleiden. Und die acht reichen auch, damit sie ein bisschen mehr Platz haben. Und wir entfernen duschen. So, vier reichen auch, damit das hier nachher passt. Und gucken, Schränke stellen wir dann da und da oder so hin. Erstmal mache ich aber die Sauna später. Die haben ja noch die umkleiden hier, ne? Und das stellen wir dann schon mal in die Männer umkleiden. Das wäre zumindest ein Anfang. So, dann machen wir wieder duschen. Das heißt, hier wieder umkleiden. So, zwei haben wir zumindest schon mal. Ein zweiter Stock gibt es ja später ab und noch. Bäm. Bäm. Das doofe ist, ich bin da jetzt von ausgegangen, dass auch das Fitnessstudio oben nochmal ist. Aber das sind ja nur umkleide Räume. Wie soll ich denn so alle Geräte reinkriegen? Vor allem den Boxring und das alles. Das würde aber eng tun. Ich wollte ja gerade alles nicht so eng stehen haben, sondern ein bisschen geräumiger stehen haben, damit es ein bisschen gut aussieht. Also mehr sollte hier unten eigentlich nicht rein. Der Rest sollte nach oben. Und ich meine auch, es gab einen zweiten nach oben. Irgendwas hatte ich da gelesen. Standard. Naja. Besser holt es nix, ne? Wipp, wohnen, der Böhrchen. So, gucken wir nochmal. Fitnessstudio 1, Fitnessstudio 2, ja, ja. Das sind ja nur die Fenster. Schwimmbad. Das sind nur die unkleiden Räume. Sie kommen gleich dran daher. Muss man hier vielleicht was kaufen? Extras, Pool, ne, ne? Farben, Fliesen. Nein, nein. Wir machen erstmal die Kundschaft. So, der Herr möchte Stonat. Naja, ausnahms wohl sind sie. Und niedrig. Naja, das nächste Mal bitte mehr, sonst fliegen sie. So, Personal einstellen. DDD. Hier, hier, guck. 50.000. Sehst du, siehst du, siehst du, gibt's aber. Meine ich doch, ich hatte das gesehen. Meine ich doch. Weil ich krieg hier ja gar nicht alles rein. So, keine Lustmolche, keine stinkende Leute. Das ist schön. Das ist noch voll. Das passt auch noch. Oh, doch. Wo ist er? Da, raus. Alter, den Frauen vor der Dusche stehen. Ich glaub's ja nicht. Naja, hier müssen wir auf jeden Fall umruhen. So, wir hatten hier zwei weggenommen. Wir hatten hier zwei weggenommen. Das gleiche müssen wir auch bei den Frauen machen. So. Konnte ich ja nicht ahnen. So, kommen sie da bitte raus. Wir müssen hier umbauen. Danke. Wie gesagt, die haben ja auch noch den Umkleiderraum. Wo? Wo ist er? Wo ist er? Da fühlt sich jemand belästigt. Wir haben hier also einen Muttenroschi. Aber wo? Das ist eine gute Frage. Ja, ich bin bereit, was unternehmen, meine Damen. Doch. Zwei sogar. Und dann auch noch stinken. Nein, nein, nein. Die, 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 die. Gut, das spart uns zumindest ein Bieseligeld. Hier ist noch eine Unkleide. Die kann hier gleich hin. Zack. Zack. Und Dusche, Dusche, Dusche. Haben wir auch noch. Zwei Stück. Dim, dim. Zack. Und hier auch nochmal. Schön. Ich glaube, eine passt noch hin. Ein kleines Paar, so ein paar mehr hin. Wenn wir jetzt hier vier Stück stehen. Wie viele haben wir denn hier drüben? Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Alles klar. Hier kommt ja nichts mehr zu. Das haben wir ja gesehen. Ich hab dich genau gesehen, du Lüsslinge. Raus. Da muss aber noch einer sein. Wir müssen noch einen Lüssling hier haben. Das ist schlimm, ne? Richtig schlimm. Auch wenn ich ihn gerade nicht sehe. Zumindest können sich die Männer hier auch schon mal umziehen. So ist es nicht. Hier ist keiner. Äh. Ist auch keiner. Das hier ist eigentlich noch nicht ganz fertig. Uns mangelt so ja etwas an Money, Money, Money. Da. Der geht gerade. Seien Sie froh, dass ich Sie nicht gesehen habe. Ich hätte Sie so verprügelt, wenn Sie wieder in eine Fitnessstudio gegangen. Niedrig. Sieh auf, wenn Sie so weitermachen. Willkommen, willkommen. Wir sind immer freundlich. Danke. So, einmal kurz Hähnchen nachfüllen können wir nicht. Der braucht es noch. Alles im Griff momentan. Die spawnen hier aber... Die spawnen hier direkt vor der Tür. Okay. Wir haben auf jeden Fall Kundschaft. Schön. Was möchten Sie denn? Niedrig. Raus. Okay, wir haben noch mehr Kundschaft. Der möchte... Was ist denn hier los? Vor allem, was packt hier rum? Guck dir mal das Bild an. Okay. Wahrscheinlich haben Sie nicht damit gerechnet, dass sich jemand das Spiel so lange spielt. Okay. Aber jetzt ist es noch nicht mehr lange. Los, Moiche. Mei, oh mei. Macht der eigentlich auch das? Ja. So, ich muss noch kurz was googeln. Wir haben ein bisschen Gel, ne? Wir haben auch ein bisschen Gel. Wir haben vier Stück. Wir brauchen also noch sechs. Ich glaube nicht, dass wir sechs unkleine leisten können. Aber mal gucken. Wir wollen es doch auch ordentlich haben, ne? So. Shop. Um kleiner Raum. Doch geht. Kostet nur 1000. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, genau. Die, 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 die. Die, die, die. Oh, nochmal drin hier. Die, 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 die. Richtig rum, bitte. ein und noch mal über kraft soll hier zwei und die nummer drei 45 und die sechs paus gerade ebenso aber das war drüben ja so zack so gefühlt uns noch ein tüschleun und haben wir vor so alles drohe bg sag mal wir haben hier irgendwo dreck liegen macht euren job euch sind auch dabei das muss ich jetzt nicht in der nähe aber grundschaft willkommen willkommen noch mal willkommen ja wir brauchen immer nicht aber gut ich musste eher den computer einen moment so ein kleinerer und wir brauchen noch drei bänke ein zwei drei und wir brauchen noch eine dusche und die und du gehst raus mein freund sie ich mann die die so ihr kommt hier noch mal schöne düschleine hin sehr schön und wir haben natürlich noch die stemmen auch hin aber gut so verteilen sie sich aktuell auf zwei und kleine räume das geht eigentlich so und fünf schränke würde ich noch sorgen ddd dafür brauchen wir erstmal 5.000 hier bin ich schon mal das ganz schön betrieben wo ist er da das ist nicht mehr schön ist noch jemand da ich habe ihn gesehen ich habe ihn gesehen raus da du bist da drin da ist auch einer ähm packt er gerade oder was du auf zur bank und lass dich klatschen du auch was ist denn hier los alle raus mit euch mann voll die armee der getriebenen hier bei mir mai oh mai ich tue alles für die kunden und dann passiert hier sowas wipp willkommen da 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 mai oh mai ich sag ja voll die armee der getriebenen ne 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 aber es lüft es lüft so die 5000 haben wir auch inzwischen gut gut dann kommen wir gleich fünf schränke die dddd die in 23 45 und sagt nichts ich weiß dann ist völlig übertrieben was ich gemacht jetzt reichs aber sind nest wir können hier nicht mehr hören mit Deku, ich will es aber auch schön haben, nur schau dass wir hier keine Palmen und sowas hinstellen können, schön den stell hin, streichen muss wir hier auch noch, bitte, ich hoffe mal, dass die Sauna und Spa in den anderen Kleider sind wir hier, das würde eigentlich eher ein Schwimmbad passen, das fällt mir gerade mal so ein, ich guck nochmal, oh god, Fitnessstudio, Fitnessstudio, warte mal, das war mal um, Kleider, naja, ist es hier, alles klar, naja, oh schön, Standard, ansonstenweise, noch mehr Kundschaft, ja, Wieb, Wieb ist immer bekommen, ja, Wieb ist immer gut, äh, Donke, 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 aber beäulen Sie sich bitte, wir haben hier gerade eine kleine Welle von Lustmulchen und gestinkte Leute haben wir hier auch, wir wollen ja nicht, dass hier jemandem was zustößt, Moment, lassen sie sich besprühen, aber gut, so, ich glaube, die Männerung Kleider ist bis auf die Farbe auch fertig, ne, oder, farbe hatten wir, glaube ich, orange, ne, aber das stimmt, diese Kanalarbeiter, die so duften, haben wir, das ist relativ selten mittlerweile, ne, dank der Klimaanlagen, das räume ich noch bis Feierabend, den müssen wir auch immer nachfüllen, danke, hier hatten wir nämlich, Orange, wie viel Orange haben wir denn noch, noch nicht mehr, die, so, den kauft einmal Orange, mein Freund, Orange, Orange, da, ist Dreck, tut euren Job, so, dann lassen wir das Streichen beginnen, dann haben wir die hier auch fertig, ach, Geld wird schon reingekommen, das Teuerste haben wir jetzt erstmal vor S geschafft, der untere Bereich unseres Fitnessstudios ist voll Einsatzbereich, was Glasdach betrifft, ich habe mich entschieden, im Fitnessstudio selber werden wir die Decke behalten, die wir jetzt haben, die finde ich im Schwimmbad, wenn wir aber die Glasdecke machen, hier passt das ganz gut, da brauchen wir aber auch erstmal 20.000, wir wollen natürlich auch noch, konnte ich ja nicht wissen, dass wir es da noch kommen, Sauna und Spa und das haben, weiß gar nicht, ob Sauna und Spa zusammen gehören oder ob das getrennt ist, wenn wir sehen, das Geld haben wir aktuell eh nicht, aber das dürfte auch relativ schnell wieder reinkommen, also man kommt hier wirklich schnell an Geld, jetzt mal ein, zwei Spieltage, nur das Wichtigste wie Essen und Trinken und den, haben wir es auch drin, schön, dann haben wir schon, der Rest bleibt ja eh hier in diesem Magenta Grau, so, so, Lust mit euch gefahren, ne, ne, aber Kundschaft, so, Sie wünschen, Wip, herzlich willkommen, oh Gott, Müffeln an der Bar, Ich muss einmal Hähnchen kaufen, so, keine Lustmolche, gut, ich weiß, ich kann auch hier Sicherheitsdiensteinstellende sich drum kümmern und so, versuch bloß im Moment etwas Gel zu spawnen, so, kaufe einmal alles leer, kommt mir den Tag davor ja nicht, was heißt, ich kann nur einmal am Tag zum Kühlschrank kaufen, ne, Das Problem ist, es reicht bald nicht mehr für einen Tag, so, füll auf, Tee ist noch voll, schön, schön, Kundschaft, So, der Herr möchte Wip, ja, herzlich willkommen, der Herr, fühlen Sie sich wie zu Hause, und der Herr möchte, auch Wip, ebenfalls, fühlen Sie sich wie zu Hause, weißt er nicht, nö, aber der Laden lüft, dem, 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 ich find's ja nicht bis jetzt, für den Fitnessstudio, ganz schick hier, ja, Dreck, ah gut, irgendwo haben wir ein Prozent, aber das geht alles noch, aktuell auch keine Lustmäuchgefahr, nö, hier liegt auch kein Müll rum, und hier, auch nicht wirklich, wie gesagt, und hier kommt der Herr Spar und das hin, das heißt, die Schränke, stellen wir hier neben, würde ich sagen, der Müll einmal muss dann auch woanders hin, das machen wir denn, aber wenn wir soweit sind, weil, ich glaub, die sind teuer, ne, dann gucken wir mal, äh, das woher, genau, so, Sauna, da können wir überhaupt gleich mal gucken, was wird das überhaupt kosten, das haben wir ja, das wäre Sauna 1, die kostet 4000, und Sauna 2, wir können 2 Saunas, und ich glaub, Spar wäre extra, ne, daneben, ne, na gut, die Schränke könnten wir aber ranstellen, so, ich will es ja jetzt nicht machen, und Spar, Spar wäre hier, ne, okay, dann muss die Deko da weg, ist also beides getrennt voneinander, wären nebeneinander, die Seite muss komplett frei bleiben, das wären insgesamt 20.000, für eine umkleide Kabine, und ich hab am Anfang gesagt, man kriegt mehr Geld, als man braucht, so kann man sich täuschen, ähm, nimm mal hier weg, was klatschen wir denn da ran, die, aber bitte richtig, ja, schön, die, 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 wir haben Dreck, ganz so, wir haben, immer noch Dreck, ganz so, und wir haben schon wieder so eine, raus hier, jetzt wird erstmal Geld gespürt, die, mir gefällt, muss ich ehrlich gesagt sagen, das schwimmt man richtig gut, jetzt, Glastagel kommt ja noch, ich hätte hier gerne ein bisschen mehr Deko gehabt, aber ansonsten, die, 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 so, der ist noch voll, der passt auch, jetzt wird erstmal Geld geschiffelt, das Schlimme ist, wir achten da jetzt mal drauf, hier ist ja eh alles in Ordnung, die machen, glaube ich, wenn ich es richtig beobachte, Punkt 20.15, glaube ich, Feierabend, während steht der Laden schließt, sind die weg, da werden wir jetzt mal drauf achten, obwohl hier noch Kundschaft drin ist, da werden wir jetzt gut immer drauf achten, die sind gar nicht mal so billig, die Mitarbeiter, das geht aber allerdings da gar nicht, da muss ich mich einmal kurz rum kümmern, raus, Meio Meio Meio, ich kann mir nie vorstellen, dass Fitnessstudios, wenn sowas, in Wirklichkeit erbarmt haben, die fliegen auf der Stelle, und kriegen wahrscheinlich Haus am Boden, so, in 5 Minuten ist mich, hier Schicht im Schach, ich will, die haben schon Feierabend, ne, die sind schon weg, die machen also sogar vorher schon Feierabend, Punkt 20 Uhr, sind die weg, obwohl der Laden, ja, auch Kunden drin hat, okay, Dreck ist aber auch allerdings nicht allzu viel, so, 1%, irgendwo ist noch was, gucken wir gleich, so, warte mal, wir müssen hier ja eh einmal alles durch, aber gut, geltmäßig sind wir zumindest wieder bei 9000, ein, zwei Spieltage, so, und wir haben die Money, war sogar nicht so ein Problem, warte mal, so, den genauso, nehmen wir wieder hier in die Rund, wir müssen die trotzdem einmal abschicken, siehst du, wie lebt die, Gott, der ist ja komplett kaputt, so, die, 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 ich bitte sie zu gehen, wir haben geschlossen, auch ehrliche Geschäßmänner, wollen wir Feierabend, danke, aber schön, wir haben zumindest hier unten alles fertig soweit, die Geräte nicht vergessen, und die Zeit läuft sowieso weiter, egal, ob ich jetzt die Tür schließe oder nicht, und hier war auch der letzte Dreck, gerade gesehen, schön, gut, das hätten wir, den poppen wir weg, nehmen wir noch einmal den Schrauber, hier trifft noch schönes Achselsaft, so, wie gesagt, das hätten wir so alles fertig, bis auf die Decke können wir hier neben Wochen, wir sparen jetzt erstmal aus Spahn Sauna hin, Brot und Kleid in 20.000, okay, so, das passt hier noch, Automaten müsste ich einmal gucken, aber ich glaube, der geht auch noch, den, kann ich aus irgendwelchen Gründen nicht anklicken, warum nicht, ist mein Automaten kaputt, oder was, naja, er sieht auch voll aus, aber trotzdem, mein Automaten ist kaputt, ich kann den überhaupt nicht reparieren, das Spiel fängt an, ein bisschen rumzubacken, das ist schade, ich hätte ihn gerne aufgefüllt, aber wie es aussieht, geht er gar nicht mehr, aber wir haben auf jeden Fall alles, schön, wir machen mal dicht hier, gute Nacht, servol, schlaf gut, ich glaube, das hier war eine Wohnung, ne, das hier gar nicht, irgendwo hatten wir doch hier gesehen, hier, 15.000, Wohnung, erforderlich, Level 2, naja, wir sind 15, ich glaube, Werbung brauchen wir gar nicht machen, mäh, Lagen gefällt man nicht so ganz gut, besser als vorher, aber es hier außen ist halt ein bisschen, vielleicht kriegen wir das irgendwann nochmal schöner hin, auch mal gucken, wir gehen in die Heimat, schlafen uns aus, um am nächsten Tag weiter ahnungslose Kunden abzuzocken, schön, dass ihr dabei wart, Tschüssi! Tschüssi!